Was gelangt? Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Machst du eine Kräpefrut mitnehmen? Ach ja, die Kräpefrut. Und Orangen. Ich werde jetzt gerade filmen. Hast du gehört? Ja. Eine Kräpefrut? Ja, die ist herbitter. So wie ich. Cholesterin-bewusst. Die Kräpefrut ist Cholesterin-bewusst, na gut. Was gelangt? Eine angezahlte Nektarine haben wir auch noch da. Ich sehe, dass sie sich so kümmert um mich. Die macht ja ganz unsicher mit dem blöden Charakter. Ich fühle mich ja gerade. Puh.